Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe viel geträumt, dass ich fliege und habe festgestellt, dass das Fliegen noch besser ist, als das Träumen vom Fliegen. Klasse! Also die Häuser waren so Spielzeug. Boah, ey, ist das cool da oben. Unfassbar! Und man merkt extrem, dass man eine andere Konzentration hat, eine feinere Konzentration. Es sind sehr, sehr nette Leute. Es sind sehr unterschiedliche Leute. Aus sehr unterschiedlichen Ecken kommen die persönlich wie auch beruflich. Hier fühle ich mich aufgehoben. Ich finde das ganz, ganz toll. Wenn ihr euch jetzt hier vorstellt, hier habt ihr den Ball. Hier ist die Spitze. Von hier fliegen wir an. Hier geht es Richtung Lande an. Jawohl, fliege mal. So, weiter fliegen, angebremst fliegen. Ja, ich gehe gleich wieder nach oben. Gute Idee. Hast du das? Juhu! Geil! Also es ist so, ähm... Ich kann es nicht beschreiben. Das ist sehr schön. Vielen Dank.